Ok, die nächste Rede ist von Musikantenstaden. Ja, Breine, da haben wir 100 oder 2 Dezibel. Wahnsinn! Das ist ein Wahnsinn. Der Hansel ist der Florian. Das ist so laut wie ein Düsencheck. Jetzt geht's weiter. Wir haben das mit den Kampenstaden. Und dann geht's jetzt gleich los. Ist das was? Die Feuerwehr hat natürlich einen Vorteil. Weil die haben ordentliche geschrieben, gell? Das kann man fast nicht lesen. 5 Minuten hatten wir die geschrieben und wieder. 5 Minuten! Hey! Also, Breine. An die U ein Monat und die Verkackten. Zugezogenen und Neugeplagten. Ein echter Rollmischer erkennt man daran, dass er allweil alles kann. Moins, wenn die weg bei den Rosen geholt. Manchmal hart wie ein Barregold. Bröselisch und Bröselisch. Da tob ich alles am Küchentisch. Der Kampf um die Wasch ist großes Kino. Da heißt die Streitfrau, Mary oder Tino. Im Sportverein oben treffen sich die Säufer. der Fußballer, Arbeitslose und der Hermann Feuerwehr. Trotz seiner eisenen Hand fährt er die Karre langsam gestern die Wand. An Pfingsten für ein ganz großes Huf schaffen wir uns alle aufs Waldfestenhof. Über die Säuferjugend schennt jeder, ob er doch die Führerschei verliert. Das ist auch Toril, oder? Und unten dort am Kirschschwein. Da legt's ihn hin, den Jürgenheim. Der ist auch für das Kalkberg und die Lasse. Und die Bürgerinitiative, die dreht im Moment am Rasse. Der Fettner und Tufkan gräbt überall. Bald soll man nur noch Berg und Tal. Aber ich hab die Lösung für die Lasse. Schick zu Hause über die Felgeleiche und Flasse. Denn in Rölmisch war es jeder Kasper. Eigentlich sind die Felgele unser größtes Lasse. Rölmisch! 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 Rölmisch!